Durch die Kleiderei könne man Geld sparen, glaube ich. Laut Statistischem Bundesamt geben deutsche Haushalte pro Monat durchschnittlich 105,50 Euro für Kleidung und Schuhe auf. 28 Kilo neue Kleidung wandern durchschnittlich jedes Jahr in die deutschen Kleiderschränke, wie sie schon zu ihm. Bei der Kleiderei geht es den Schülerinnen und Senderinnen aber nicht nur um Nachhaltigkeit. Die beiden Studentinnen betreiben die Kleiderei ehrenamtlich. In der Zeit fotografieren sie sämtliche Kleidungsstücke für einen Online-Ausleihkatalog. So können die Kundinnen zu Hause entscheiden, was sie ausleihen wollen. Aber Feklans und Bola Funktion ist damit noch nicht abgeschlossen. Wie wollen die Alterskultur verändern? Der ganz große Traum ist natürlich, dass es irgendwann selbstverständlich ist. Also dass wir nicht eine Nische sind, sondern dass es einfach die Regel wird, dass man sich mehr Sachen leiht. Und dass die Leute einfach verstehen, dass sich das Konsumverhalten ändern muss. Das ist eine Nische, die in der Info-Meter-Nachmung für die Autofahrer auf der A7 in Hamburg. Zwischen Garnsdorf ist die Vorbereitung einer russischen Autofahrtsstelle. Das ist eine Nische, die in der Info-Meter-Nachmung für die Autofahrer auf der A7 in Hamburg. Die Autofahrer aus Ukraine ist es in den betroffenen Gegend weitgehend ruhig geblieben. Die pro-russischen Generatisten sowie die Regierungstruppen warfen sich allerdings gegenseitig vor, die Feuerpausen gebrochen zu haben. Es sollte Einzelschießereien gegeben haben. Gestern hatten sich beide Seiten auf die Feuerpausen verständlich. Sie waren auch, die Fälle nach Hause zu tauschen. Dies könnte noch heute beginnen. Russland bündigte ein, zwei neue Hilfskonferisse in das Krisengebiet zu schicken. Berlin, im Bahnverkehr drohen engere Streiks. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer, Wieselski, kündigte an. Seine Organisation werde in den nächsten Tagen nur ausschließlich eine Ruhe abstimmen für einen Arbeitskampf einleiten. Heute früh hatten Lokführer bundesweit die Arbeit für drei Stunden wiedergegeben. Etwa 1000 Züge für den Ausführer hatten Verspätung. Die GDL fahrt dafür, dass Zug per...